Chat GPT Dude, das sind die berühmten Worte aus South Park. Jeder kennt das Tool mittlerweile, sogar meine Mutter hat es schon benutzt. Und ich habe von euch in den Kommentaren definitiv gesagt bekommen, dass nicht jeder dieselben guten Ergebnisse zustande bekommt. Wir reden hier aber nicht nur über Chat GPT Dude, sondern auch über die Bing-Suche. Über Mid-Journey zum Grafiken erstellen, über alles Mögliche, was auf Large Language Models basiert. GPT 4 oder GPT 3 oder Bard oder Lama, all diese Tools, die wir nutzen können, und natürlich gibt es noch mehr davon, all diese Tools verarbeiten natürliche Sprache und versuchen uns eine Lösung zu geben, eine Antwort zu geben, die uns zufrieden macht. Ob es jetzt in Form von einem Bild ist oder ob es in Form von einer Suchmaschine ist oder einer Suchmaschine, die übrigens auch Bilder erstellen kann, oder ob es wirklich einfach Recherchen sind oder Texte. Es werden immer mehr Sachen und ich finde, es ist an der Zeit, dass wir lernen, wie wir damit umgehen. Denn, Fun Fact an der Stelle, es gibt schon eine eigene Seite, und nein, das ist keine Werbung, es gibt eine eigene Seite für Prompt-Engineers. Das heißt, Leute, die euch einen Befehl bauen, um aus Chat GPT oder Mid-Journey oder DAW-E oder Stable Diffusion oder den ganzen anderen Tools das optimale Ergebnis rauszubekommen. Es gibt auf Fiverr einige Guides, wie man Prompt-Engineer wird und wie man einen finden kann. Und ich dachte mir, ich glaube, kaum jemand hat so viel Zeit mit diesen Tools verbracht in letzter Zeit wie ich, weil ich nutze sie, um meine Videos zu fact-checken, also nicht faktisch richtig zu checken, aber ob mein Storytelling stimmt, ob meine, also für die längeren Videos, nicht für die Tutorials. Das hier ist eine Tutorial-Reihe, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, ihr seht nicht mein Gesicht. Aber für die längeren Videos nutze ich es. Ich benutze es, um kleine Fragen zu stellen und schnelle Antworten zu bekommen, quasi als eine Art Suchmaschinenersatz. Ich benutze es zum Programmieren, ich benutze es zum Bilder generieren, die Thumbnails für meine Videos sind oder die in den Videos zum Schnitt gebaut werden. Ich benutze es für Recherchen, ich benutze es eigentlich für wirklich verdammt viel. Und deswegen dachte ich mir, ich kann das einfach mal mit euch teilen, damit ihr selbst auch gute Ergebnisse bekommt. Heute wollen wir uns erstmal mit den Basics beschäftigen, weil wie gesagt, das wird eine Reihe und ich lerne natürlich auch selbst immer noch mehr dazu und diese Modelle verändern sich selbstverständlich auch. Ich hatte das Vergnügen, mich ein bisschen auch mit der Technik hinten dran beschäftigen zu dürfen, mit KI an sich, mit neuronalen Netzen, mit den Transformer-Modellen, mit all diesen tollen technischen Dingen. Aber diese Serie hier ist eigentlich für jeden was. Ich werde sie nicht nur für Informatiker machen, auch wenn es einige Themen gibt, die wahrscheinlich für Informatiker besonders nützlich sind, wie zum Beispiel Code-Generierung. Wollen wir das Ganze natürlich nicht darauf beschränken. Ich glaube, das ist ein so wichtiges Thema, dass viele Leute damit was anfangen können. So, der eigentliche Start, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ist bei 3 Minuten 20. Ein Large Language Model ist erstmal genau das, was auch eure Tastatur ist. Es vervollständigt eure Sätze. Wenn ich also schreibe, der Himmel ist, und ich wechsle hier mal tatsächlich absichtlich auf Default Chat GPT 3.5, das ist die in Anführungsstrichen alte Version, weil hier bin ich auf 25 Eingaben limitiert und ich weiß nicht, wie viel ich heute noch aufnehmen kann oder möchte. Der Himmel ist, so, blau, Punkt. Was ist das? Das ist eine Satzvervollständigung. Im Endeffekt könnte ich aber auch sowas schreiben wie, und jetzt wird es hier wichtig, diesen Button hier, ich weiß nicht, ob ihr den schon mal benutzt habt, das ist zum Editieren von einem Prompt bei Chat GPT. Damit könnt ihr einen bestehenden Befehl einfach abändern und nochmal modifizieren. Das ist super, super hilfreich, denn wir werden uns auch mit sowas wie additiven Prompts beschäftigen. Das heißt, Prompts, die quasi vorherige Prompts verfeinern und verbessern und teilweise sogar Informationen von der KI hier oben einfließen lassen. Also, der Himmel ist blau, Punkt. Okay, der Himmel ist blau, aber jeder weiß, dass der Himmel nicht immer blau ist. Die Farbe des Himmels kann je nach Wetterbedingungen und Tageszeit variieren, bla bla bla. Ihr seht, was ich meine. Es wird mein Satz vervollständigt. Und das bedeutet, ihr könnt diesem Ding auch Befehle geben. Also, wirklich, das ist im Endeffekt das, was eure Handytastatur früher gemacht hat, nur in sehr viel besser. Okay, das ist legit, so funktioniert das. Und wenn ich das jetzt in sehr viel besser machen möchte, kann ich auch einfach Fragen stellen. Ist der Himmel blau? So, und jetzt wird hier verautovollständigt. Ja, der Himmel erscheint, bla bla bla. Was hier im Endeffekt passiert, ihr müsst euch überlegen, worauf dieses Modell trainiert wurde. Es wurde auf sehr viel Sprache trainiert. Es wurde auf Dialogen trainiert. Es wurde nicht auf mathematischen Modellen trainiert, für die Schlaumeier, die jetzt meinen, dass sie hier fragen sollen, ob das 5 plus 5 gleich 10 ist oder sowas. Es wurde nicht auf Zahlen trainiert. Das ist kein mathematisches Modell, benutzt dafür was anderes. Das ist ein Large Language Modell. Ihr seht meine Handgeste nicht, ich habe keine Kamera an. Anyways, der Himmel ist also blau, aber wenn das bla bla bla. Ja, ne? Also, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Es wird also vervollständigt, was wir hier schreiben. Ihr könnt es euch ein bisschen so vorstellen. Ich habe das tatsächlich schon sehr hilfreich gefunden. Wenn wir eine Frage stellen, können wir immer so ein bisschen im Klausurenstil damit umgehen. Das heißt, stellt eine Klausuraufgabe hier oben oder stellt eine Frage, die man vielleicht in einer Klausur beantworten könnte, was auch immer das für eine Klausur sein sollte. Aber gebt alle Informationen, die nötig sind. Das heißt, wenn ihr das wollt, ist das okay. Okay, wenn ihr sagt, erkläre Quantenphysik, nee, Quantencomputing in einem einzigen einfachen Satz, dann kommt natürlich auch genau das. Es kommt in einem einfachen Satz, der natürlich einige Informationen rauslässt. Das heißt, hier werden diese Informationen, die ihr hier oben angebt, extrem relevant. Ihr müsst extrem genau darauf achten, wie ihr etwas formuliert. Wenn ich auch nur ein Wort ändere, in einem einzigen Satz, dann kann das schon daraus, Paradigmenwechsel, ermöglicht komplexe Berechnungen, die schneller sind als mit klassischen Computern. So, das ist schon wieder was, was nicht jeder verstehen würde. Es kommt also exakt auf diese Art und Weise darauf an, wie ich eigentlich diese Frage stelle. Und hier kommt ein erster kleiner Lifehack, den ich für mich sehr, sehr gut empfinde. Erkläre Quantenphysik. Aufgabe. Aufgabe. Erkläre Quanten, Computing in dem Fall. Zielgruppe. Informatiker. Weil ich Informatiker bin. Das könnt ihr gerne für euch einfach anpassen. Komplexität. Einfach. Kein Vorwissen. In Physik. So. Und jetzt kriegen wir hier das Ganze genau so, wie ich das gerne haben möchte. Ihr seht, dass es mit Termen arbeitet, die ich natürlich als Informatiker kenne. Also im Gegensatz zu klassischen Computern, hier nimmt das Large Language Model einfach an, dass ich die Dinger kenne, die auf Bits, also 0 und 1 basieren, das weiß ich, verwenden Quantencomputer sogenannte Quantum Bits, also Qubits. Und dann kriege ich hier eine Erklärung, was diese Quantenbits sind. Ich kriege also genau das, was für mich relevant ist. Eure Ausgabe ist also nur so gut, wie das, was ihr schreibt. Und ich tatsächlich empfehle euch, mal diese Struktur hier auszuprobieren. Aufgabe, Doppelpunkt, Zielgruppe, Doppelpunkt und Komplexität. Das vielleicht als ersten kleinen Einstieg. Wie gesagt, ich gehe hier noch ein bisschen mehr auf diese Basics, Prompting Sachen ein, aber wir wollen uns auch ein paar Frameworks angucken, die mittlerweile entwickelt wurden. Ja, es gibt tatsächlich Frameworks, wie man mit KI interagiert. Ich weiß, es hört sich erstmal lächerlich an, aber man kriegt einfach bessere Ergebnisse und das ist das Ziel dieser Reihe. Ich möchte euch einfach nur ermöglichen, hier ein bisschen besser mit klarzukommen. Ihr dürft mir gerne sagen, was ihr euch von dieser Serie erhofft. Und ja, wir hören uns hier beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.